Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu CODBU3. Wir zocken wieder Herrschaft und sind auf einer alten Map unterwegs und zwar Hunte. Doppel-DP gibt's auch wieder. Richtig nice. Das einzige was uns jetzt noch fehlt sind Kills eigentlich. So ein paar Kills. Die fehlen uns noch. So. Komm schon. Ich hab zwar gar keinen Bock auf das Game, aber ich zock's trotzdem. Weil ab und zu haben wir ja irgendwie mal so ein paar Folgen, die so richtig geil sind. Dann kommen wieder ein paar Folgen, die so richtig kacke sind. Und irgendwie verliere ich dann jedes Mal wieder den Mut, das Game hier zu zocken. Bin ich ehrlich? Bin ich echt ehrlich? Das ist für mich jedes Mal ein Krall-Spiel hier. Der brutale Wahnsinn. Alter, ich weiß auch nicht, ich krieg die auch gar nicht ins Visier so rein. Ich bin zu lahm irgendwie. Ich bin echt zu lahm. Komm ab und zu mal so ein bisschen campen ist gar nicht verkehrt, glaub ich. So ein bisschen rumgimpen hier und einfach nur abwarten, bis irgendjemand kommt, den ich töten kann, wenn ich hier nicht schon wieder irgendwo hängen bleib. Ah, fuck! Alter, da reicht ein Schuss aus, oder was? Sonst brauch ich fünf Schüsse, weißt? Und da reicht ein Schuss. Das war wieder so klar, Mann. Zwei kann ich noch killen, dann bin ich schon wieder raus. Alter, in jeder Runde kill ich meine eigenen Leute, das ist so geil. Wenigstens der hat gesessen. Da läuft auch noch jemand irgendwo, irgendwo da hinten. Oh, das war ein richtiger Luck-Shot, Alter. Richtiger Luck-Shot gerade. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht muss ich die Empfindlichkeit auch noch höher stellen. Vielleicht wäre das echt so eine kleine Lösung. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Ist da jemand? Du kümmerst dich doch drum, oder, Kumpel? Ah, fuck! Okay, Übersteuerung haben wir already. Setzen wir einfach mal ein hier, auch wenn es vielleicht nicht so viel taugt. Oder, dass ich vielleicht damit nicht umgehen kann. Ne, komm, wenn wir Übersteuerung haben... Oh, Scheiße, ist schon wieder vorbei. Na, guck mal zumindest, dass wir hier die Base übernehmen. Damit wir uns hier noch ein paar Punkte holen. Weil es gibt ja doppelte EP, und da sollten wir auf jeden Fall alles nutzen, dass wir hier auch EP bekommen. Junge, einfach nur rennen. Mehr brauchst du nicht tun. Einfach nur rennen. Ich prügel die Taste so hier, ich prügel sie so derbe. Aber es funktioniert irgendwie mal nicht ganz. Da war doch gerade jemand. Es ist mein Tod, wenn ich mich jetzt darauf versteife, den zu kriegen. Aber ich versuche es trotzdem. Ich stehe auch hier drin, aber warum macht er das jetzt nicht? Es kommt eh gleich einer von hinten. Komm, 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 komm. Haben wir, haben wir, haben wir. Nice, Mann. Scheiße, ein Fail. Aber bisher, toi, 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 läuft die Runde auf jeden Fall viel besser als die letzte. Das kann man hier auf jeden Fall mal festhalten. Denn das ist auf jeden Fall so. Auch wenn es wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird. Feindliche Vorräte von oben. Irgendwann ist jemand. Haben wir den Typen. Komm, da ist noch jemand. Land schnell nach. Komm, Baby, komm, Baby. Nein, Mann, da standen so viele Leute. Warum kriege ich die nicht weggeholt, Alter? Ey, ist das ärgerlich. Aber sowas von ärgerlich. Das kann doch nicht sein, oder? Alter, ich habe drei, vier Kills holen können. Nein, ich vermassle es. So eine räudige Scheiße, Mann. Fick dich. Gehen wir mal hier lang. Komm, Baby, komm. Vorsicht. Vorsicht. Da ist keiner. Komm, Junge, lauf. Einfach nur laufen, du Gimp-Kind. Ich könnte dir so in den Arsch treten. Mann, er läuft nicht, dieses Dreckskind. Dieses räudige. Ah. Das verstehe ich nicht. Ist das ein Skill, dass man während des Kletterns... Dass man während... Alles klar. Ist das ein Skill, dass man während des Kletterns schießen kann? Weil ich kann das nicht. Andere können das irgendwie immer. Ich kann das nicht. Ich muss immer drei Stunden warten, wenn ich schießen kann. Das ist immer extrem lustig. Und macht natürlich auch sehr viel Spaß, wenn man dadurch einfach stirbt. Das freut mich echt immer. Das ist richtig cool. Junge, ey, ich habe das gef... Seht ihr das? Seht ihr das, wie der bei mir hier rumhackt, wenn ich... Wenn ich rennen will? Der kriegt das überhaupt nicht auf die Reihe. Er... Der hat dann irgendwie total die Probleme, hier rum zu rennen. Komm, wir müssen das Ding holen. Ey, Leute, Mann. Das ist echt gefährlich hier mit euch. Alles klar, haben wir. Ist das cool, was wir hier machen? Ich weiß nicht. Ist das überhaupt nicht cool, glaube ich. Nein, Mann. Es fehlt bloß noch einer, dann sind wir down hier. Das ist doch so zum Kotzen, ey. Mann, so eine Scheiße, ey. Wir hauen hier mal alle weg. Aber unsere eigenen Leute sind es immer, die wir weghauen. Mann, so eine Kacke. Scheiße. Da ist eine Drextruhe. Eine räudige. Eine Kack-Drextruhe. Junge, renn du blöder Pisser, Mann. Ey, Leute, mir fallen keine Ausdruck gemeint. Ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich den Hurensohn hier, ich sag das einfach mal, nicht zusammenträgt. Der richtet mich so auf, der Typ. Oder der Scheiß-Controller ist mir total verfickt, verfuckt nochmal. Sowas von egal. Die Scheiße kotzt mich einfach an. Er rennt nicht. Er rennt einfach nicht. Er hört mittendrin auf zu rennen. Das stoppt mich jedes Mal. Ey, das ist so behindert. Ja, Mann, komm, also wir dürfen noch einen Teamkill machen, dann sind wir raus hier aus der Nummer. Dann werden wir wieder mal verbannt hier. Gott sei Dank wurde man muss rausgeschmissen und nicht auf ewig verbannt. Ich glaub, dann würde es für uns schon echt schwierig werden, hier überhaupt einen Server zu finden. So oft, wie wir schon gekickt wurden. Also wenn ich Hardcore zocke, das ist der Albtraum jedes anderen Spielers, wenn ich in der Gruppe mit drin bin. So geil, Mann. So geil, Mann. So geil, ne? Oh, fuck. Und ich voll Idiot renne voll rein, Alter. Ich renne voll rein, weil es so schön ist, weil ich noch nicht genug habe. Alles gleich. Ich glaub, die Siegesserie oder zumindest ein bisschen die Siegesserie ist wieder vorbei hier. Wir werden wahrscheinlich jetzt wieder richtig schön verkacken. Oh Mann, ich muss aufpassen, dass ich keinen von meinen Teammates töte. Weil es geht echt böse aus sonst. Ich glaub, da ist jemand drin. Ey, Mann, ich verstehe nicht, warum der nicht stirbt, ey. Gut, ich hab jetzt nicht oft getroffen, aber einmal hab ich getroffen. Der muss doch dann drauf gehen, ey. Die halten aber auch teils so viel aus. Ja. Richtig nice. Es läuft, es läuft richtig hier. Komm, Junge, zeig dich. Verbündete Drohnen herz. Ja. Alpha ist abgesichert. Richtig geil hier schon wieder die Nummer. Es läuft. Es läuft. Oh, Jungs, ey, passt bloß auf, Mann. Junge, verpiss dich doch mal hier, ey. Charlie wird gesichert. Mann, und der hört dann einfach mittendrin das Rennen auf. Das ist auch so schlimm. Wenigstens das Ding haben wir. Ne, warte mal, wir gehen hier lang, weil hier Gegner sind zumindest. Auch wenn das unser Tod ist. Ist ja vollkommen Wayne, oder? Wir versuchen es trotzdem. Auch wenn unser Kollege wieder kein Bock zu laufen. Komm, Junge, Mann, lauf doch einfach, du Pisser. Lauf doch einfach, nur. Es kann doch nicht so schwer sein, Mann. Ich weiß, du hast keinen Bock, ey, aber lauf doch einfach. Ich verstehe es nicht. Komm, dann meines Ding. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, fuck. Ey, Leute, noch so wenig gefehlt, ey. Ich wollte gerade zielen und schießen. Da hinten ist jemand. Aber wenn wir hier wieder nicht rennen, wird es eh wieder nichts. Irgendwo hier war jemand. Den sehe ich jetzt natürlich wieder nicht mehr. Und wird wahrscheinlich gleich von hinten getötet. So ist es ja auch meistens hier. Zumindest, wenn es um meine Wenigkeit geht. Ich werde immer hinterrücks erledigt. Während alle anderen hier einfach nur ganz easy durchrennen. Oh, Junge, ey. Das war gerade richtig knapp, ey. Aber man, wenigstens den einen hier. Oh, fuck, Mann. Das scheiß Ding schießt ihr auf uns, glaube ich. Ah! Ja, wenigstens den einen Gaylord. Im Drang 30, obwohl wir es gar nicht verdient hätten. Komm, lad nach. Junge, lauf doch, Mann. Ich weiß echt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich weiß es nicht. Er läuft einfach nicht. Er hat keinen Bock. Keinen Plan. Er hat einfach keinen Bock. Hat da jemanden? Ne. Oh, Jungs, pass auf, Mann. Ich habe eine Granate geworfen. Ich habe jemanden getroffen. Ich hoffe, dass es nicht unser eigener war. Alter, der war präzise, Mann. Ja, natürlich kommt jetzt jemand von links. Wie soll es auch anders sein? Das kann ja gar nicht anders sein. Es kann nur so kommen. Anders geht es gar nicht. Das Geile ist, Mann, dass die alle markiert werden. Das ist richtig nice. Ich mach mal ganz langsam. Ich könnte mir vorstellen. Oh, nice, Mann. Wir haben jemanden getroffen. Richtig geil. Pass auf, dass hier keiner vom Wasser kommt. Junge, was hängst du hier, Mann? Wir gehen mal hier lang. Da ist jemand. Ist das ein Freund oder Feind? Ist das jetzt Freund oder Feind? Hä? Stehe ich jetzt nicht. Oh, Mann. Ey, ich habe es einfach nicht drauf. Im Springen jemanden zu töten. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Leute, ne, mal nicht. Renn weiter hier. Ich möchte den Skill mal ein bisschen nutzen. Auch, wenn es irgendwie megamäßig leckt. Auch, wenn es megamäßig leckt hier. Jo. Mann, ich sehe die Leute ja noch nicht mal. Wir sind echt Zweiter. Ich sehe die Leute ja noch nicht mal. Es ist ja noch viel geiler, dass ich die nicht mal sehe. Junge, renn doch, Mann. Ey, du bist so ein Pisskind. Ey, er rennt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung. Aber ob es aber, wir haben gewonnen und sind jetzt Dritter. Naja, 23, 18, komm. Alter, 40, 16. Wie kann man denn 40, 16 haben, bitte? Wie kann man denn so ausrasten? Das geht auch gar nicht, oder? Wie geht denn das? Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Reicht es für ein Podest? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Obwohl, eigentlich auf der Siegerseite müsste ich eigentlich draufstehen, oder? Ja, Mann, es steht drauf. Ja, Mann, wechseln auf den dritten Platz hier. Naja, immerhin, immerhin. Ich weiß nicht, die Übersteuerung, die bringt mir überhaupt nichts. Aber ich zocke noch eine Runde damit, auf jeden Fall. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen hoch da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, hoffentlich. Oder hören uns mehr oder weniger. Bis dann. Tschüss.